Was ist der Friday Gold Rush und wie kannst du von dieser einfachen Strategie auf Gold profitieren? Genau das werde ich dir in den nächsten 5 Minuten verraten. Mein Name ist André Stagge und ich habe über 10 Jahre meines Lebens Fonds gemanagt. Ich habe über 2,5 Milliarden Euro verwaltet und konnte für meine Kunden über 500 Millionen Euro Gewinn nach Kosten erzielen. Und wie habe ich das gemacht? Immer wieder, indem ich Strategien genommen habe und diese Strategien in die Praxis umgesetzt habe. Und eine meiner allerbesten Strategien, die erkläre ich dir heute. Das war nämlich der Friday Gold Rush. Und diese Strategie ist sehr einfach, ist vielleicht sogar die leichteste Strategie, die ich habe. Und über Mail und Klick kannst du diese Strategie auch ganz einfach für dich nutzen. Was ist der Friday Gold Rush? Das ist eine Strategie, die darauf setzt, dass am Freitag der Goldmarkt ansteigt. Leichter kann ich es dir nicht machen. Freitag steigt Gold eher an. Wie kannst du davon profitieren? Einfach indem du am Donnerstagabend Gold kaufst und die Position bis Freitagabend entsprechend hältst. Wenn du das machst, hast du eine Trefferquote von 58% und du wirst sehen, wenn du die mal historisch, die Trades im Chart anguckst, hast du über die letzten 18 Jahre eine wunderbare Wertentwicklung. Immer wieder ist Freitag am Gold überproportional häufig gestiegen. Natürlich nicht jeden Freitag, aber wie gesagt in 6 von 10 Fällen ist es so, dass freitags der Goldpreis steigt. Und wenn es tatsächlich hoch geht, steigt es sogar prozentual deutlich mehr als an den Tagen, wo es nicht funktioniert. Also freitags ist ein guter Tag, um Gold zu kaufen. Und das zeigt sich auch daran, dass der Goldmarkt ja 2011 sein Hoch gemacht hat, damals bei 1960 mittlerweile ja wieder deutlich gefallen ist. Aber trotzdem diese Strategie, also wenn du jeden Freitag nach Transaktionskosten wohlgemerkt Gold kaufst, bist du momentan auf einem Höchststand. Und warum funktioniert das jetzt? Warum ist es so einfach, am Freitag vom Goldanstieg zu profitieren? Das ist wegen zwei Dingen so. Gold funktioniert mit zwei Dingen am Freitag besonders gut. Das erste ist, Gold, und das weißt du wahrscheinlich, ist ein sogenanntes Safe Haven. Ein Safe Haven bedeutet also, es ist eine Versicherung. Wenn am Wochenende was Schlechtes und Schlimmes auf der Welt passiert, dann werden die Aktienmärkte deutlich fallen. Sie werden also nach unten gehen. Und was wird mit Gold passieren? Es wird als Versicherungscharakter entsprechend nach oben gehen. Also kaufen Investoren, gerade auch institutionelle Investoren, am Freitag Gold in der Erwartung, dass es eben nach oben geht, weil sie diese Versicherung am Wochenende haben wollen. Ob jetzt wirklich was Schlimmes am Wochenende passiert, spielt keine Rolle, weil sie kaufen Gold tendenziell immer und am Montag verkaufen sie es wieder. Sie setzen also darauf, am Wochenende Gold zu haben. Das kannst du auch, wenn du eben am Donnerstag schon investiert, setzt du dich vor diesen ganzen Cashflow, vor diesen ganzen Kapitalflow und kannst vom Anstieg profitieren. Das ist das erste Argument. Und das zweite Argument ist, die meisten Händler, also die meisten Einkäufer von Gold, zum Beispiel aus der Schmuckindustrie, kaufen das Gold physisch am Spotmarkt tatsächlich auch an einem Freitag. Warum machen sie das? Ganz einfach, weil sie am Wochenende das Gold verfrachten. Sie werden es also in den Laster tun, sie werden es auf den Container im Schiff tun, damit das Gold vielleicht von China oder von Südafrika entsprechend nach Indien in die Schmuckverarbeitung reingeht. Also werden sie auch lieber das Gold am Freitag erwerben. 80% der Umsätze am Spotmarkt sind tatsächlich im Gold am Freitag, bei vielen anderen Commodities übrigens auch. Und deswegen, weil es die Versicherung ist, weil es eben entsprechend auch hier verfrachtet wird, also physisch am Freitag diese Nachfrage nach Gold gibt, steigt der Goldpreis überproportional an. Und wenn du von diesem Phänomen profitieren möchtest, lade ich dich ein, besuche einfach den Mail- und Klickservice von WH Self-Invest. Verpasse kein Friday Gold Rush mehr. Schau dir das gerne auch historisch mal im Chart an und über Mail und Klick kannst du ganz einfach vom Friday Gold Rush profitieren. Du wirst also freitags immer Gold Long sein und kannst dich damit eben zu den großen Kapitalflüssen gesellen. Du kannst eben von diesem Versicherungscharakter profitieren. Du kannst eben von diesem physischen Umsatz am Gold profitieren, der häufig am Freitag stattfindet. Und du kannst vor allem auch die Statistik auf deine Seite bringen mit der Strategie von mir, vom Portfolio Manager André Stagge, kannst du dann ganz einfach Geld verdienen. Deswegen lade ich dich ein, abonniere jetzt, Mail und Klick, guck dir die Strategie von mir mal an und sei damit auch profitabel.